Und ich habe gerade eine E-Mail bekommen, eine Sekunde, die muss ich dringend prüfen. Ja, YouTube gibt mir meinen Kanal nicht zurück. Tja, damit habe ich keinen YouTube-Account mehr, was total lächerlich ist, weil ich hatte nicht mal Strikes. Witze. Wisst ihr, was das geilste an der Aktion ist? Ich habe vorgestern, bevor die mich komplett rausgeschmissen haben aus YouTube, habe ich noch gesagt, dass ich mit dem Support von YouTube immer zufrieden war. Zack. Das gleiche ist mir bei Twitter passiert, das gleiche ist mir bei Facebook passiert, das gleiche ist mir bei YouNow passiert. Immer wenn ich sage, dass ich mit dem Support zufrieden bin, zack, ein paar Sekunden später bin ich draußen und mein Account ist weg. Das war bei YouTube genauso. Ich verstehe es nicht, ey. Aber besiegt bin ich deswegen noch lange nicht, weil ich bin ja auf YouNow noch und wenn nicht, dann bin ich auf Odyssey oder ich bin auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.